Heyo Leute und herzlich willkommen zu Lucky Rush und ihr fragt euch, was, was Lucky Rush? Ja, es gibt jetzt auf dem Server von Benny, lastcube.de, Lucky Rush 2 vs. 2 Und das möchte ich heute euch einfach mal zeigen. So, erste Phase ist natürlich die Bauphase. Mit wem bin ich denn im Team hier? Mit dem Senpai, was weiß ich. So, wir machen uns jetzt hier erstmal so eine kleine Base. Wenn den Server hier noch nicht kennt, die IP für den Server ist lastcube.de. Dort könnt ihr drauf zocken. Es gab bis jetzt immer Lucky Rush 1 vs. 1. Es gibt jetzt neue Maps, es gibt auch neue Lucky Blocks und es gibt, ähm, es gibt auch, ähm, wie heißt es, äh, eben jetzt hier Lucky Rush 2 vs. 2. Und das finde ich richtig nice und ich würde mich richtig freuen, wenn ihr dieses Video mit einem Daumen nach oben bewertet, weil das, ähm, Team und, ja, in gewisser Weise ich, ja gut, ich hab immer Druck gemacht. Ich hab gesagt, ja, wann kommt es denn endlich? Wann kommt es? Die Zuschauer wollen unbedingt Lucky Rush 2 vs. 2. Das muss sein. Und, äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Spielmodus genauso feiert wie ich. Es, äh, also 2 vs. 2 macht doppelt so viel Spaß wie, ähm, das 1 vs. 1. Und deswegen, äh, ich mach jetzt einfach mal hier Slash Skip. Okay, jetzt die Wolle platzieren. Meine ist die hellblaue Wolle. Wenn die abgebaut ist und ich sterbe, dann bin ich instant raus. So. Hör auf, Hi Basti zu schreiben. Spiel einfach. Ich weiß nicht, wie schreibt man denn allen? So. Slash Skip. Okay, jetzt beginnt die, äh, Battle Phase. Wir öffnen jetzt hier Lucky Blocks. Und hoffen, dass wir da jetzt zum Beispiel auch, ups, äh, zum Beispiel die neuen Lucky Blocks rausbekommen. Ich möchte die euch unbedingt zeigen. Okay, ich hab ne gute Potion bekommen. Ich hab Diamanten und ne Glücksspitzhacke. Aber das ist erstmal unwichtig. Ich öffne jetzt erstmal alle Lucky Blocks. Tschüss. Oh nein, 2 Günthers. Hilfe. So. Ich will so einen Troll-Lucky Block euch zeigen. Oder einen Illuminati-Lucky Block. Egal was. Hauptsache da irgendein Lucky Block. Meine Güte. Hallo. Werkzeug. Wow. Okay. Ah, nein. Ach, ne, die sind nicht aggressiv. So. Ey, komm. Irgendein Troll-Lucky Block oder so. Ich möchte das euch unbedingt zeigen. Man bekommt nämlich aus diesen normalen. Moment. Oh Mann. Wie viel Pech muss man haben, dass genau dann, wenn ich was zeigen will, kommen die überhaupt nicht raus. Das ist nicht euer Ernst. Oh Mann. Oh nee. Jetzt hab ich hier keine Troll-Lucky Blocks oder sonst was. Ich hab auch nicht so gute Rüstung. Waffe ist, ja, ist das das Beste. Ähm. Fußball. Wow. Also ich hab jetzt nicht so mega das gute Zeug. Ich geh jetzt mal hier in die Mitte. So. Mit den Blöcken, die ich habe. Oh Mann. Ich muss euch unbedingt diese Troll-Lucky Blocks zeigen. Ich will die euch wirklich zeigen. Weil da kommt richtig cooles Zeug dabei raus. So. Und dann noch die Öfen. Opfern. So. Come on. Ich weiß nicht, was mein Team-Partner macht. Oh, warte mal. Den Helm tauschen. So. Äh. Kommt er mit mir? Oder lässt das bleiben? Ich hab eine 12,25 oder 12,5 Attack Damage Spitzacke. Ich möchte euch nur unbedingt die Troll-Lucky Blocks zeigen. Und ich hoffe, dass wir da einen bald rausbekommen. Mann. Okay. Die bauen sich hier noch alle rüber. Ey. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich hab's in den Runden zuvor. Hab ich euch so viele. Hab ich so viele Troll- und was weiß ich-Lucky Blocks gehabt. Das gibt's nicht. Verdammt nochmal. Mist, ey. Das ist nicht cool. Okay. Die kommen jetzt. What the fuck? Oh, Ness Loners. Come on. Come on. Guten Flug, ja. Lol, Mann. Wie kann man so viel Pech haben, ey? So, die Hose tauschen. Das tauschen. So. Okay. Die kämpfen schon gegeneinander. Wo ist der Gegner? Welches ist? Das ist der Gegner. So, komm. WTF. WTF. Ja. Gut, der ist tot. Der ist down. Die haben sich hoch zum Baum gebaut. Warte mal. Der andere ist noch nicht dabei. Ah, guck mal. Da, 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 da. Leute. Das da ist ein Troll-Lucky Block, Freunde. Das da. Der hier. Und der droppt hier jetzt besseres Zeug. So. Lol. Nein. Und er trollt mich, Mann. Ich hätte da draus so was Gutes bekommen können. Mann, das ist überhaupt nicht meine Runde. Ich hatte, es gibt Illuminati-Lucky Blocks und es gibt Troll-Lucky Blocks. Und das hier war gerade so ein Troll-Lucky Block auf dem Server hier. So. Okay, die fallen da runter. Versuche jetzt da mal rüber zu kommen irgendwie. Wo ist mein Teammate? Ich hoffe, der kommt gleich. So. Oh, ne. Der eine hat eine Angel. Das weiß ich doch. What the fuck? Ah, Mist, ey. Mann. Dein Senpai ist gestorben. Und nein, der arme Senpai ist tot. Verdammt. Was? Hättet ihr den da runter, Mann? Der muss da runter. Tschüss. Komm jetzt. Mann. So, okay. Die sind da. Ja. Der kriegt die Lucky Blocks da nicht. Komm her. Oh. Jawohl. Nice. Okay, gut. Den haben wir. Das sind noch Lucky Blocks. Nice. Okay. Lass mich ein Troll-Lucky Block trocken. Oder irgendwas anderes. Come on. So. Tauschen wir mal gegen die Rosen. Okay. Gegner müssten gleich wieder kommen. So. Oh. Da. 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 ist der Illuminati Lucky Block, Leute. Das hier ist der Illuminati Lucky Block. Woo. Nice. Und da bekomme ich das Illuminati Sword mit 40 Attack Damage. Woo. Nice. Auf dem Server ist es logischerweise alles ein bisschen anders. damit es ein bisschen mehr, ich sag mal, gebalanced ist und nicht so, ähm, was. Damit es halt nicht so, wie zum Beispiel bei den Troll-Lucky Blocks, das Ultra Mega. Komm her. Nein. 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 Boah. Boah. Ey, das Schwert hat es so in sich, Leute. 40 Attack Damage. Jawohl. Das hält er nicht aus. Nice. 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 Komm schon. Verdammt. Komm. Wo ist mein Mate? Oh. Nein. 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 Geh weg. So. Wo ist die Wolle? Ich muss die Wolle finden. Boah. Ey, nee. Haben die die Wolle zugebaut? Oh, das muss Benni noch fixen. Wolle darf man nicht zubauen. Tschüss. Ich nehm's hier mit zwei Leuten gleichzeitig auf. Das ist viel zu krass. Und ich überlebe das. Das ist zu heftig einfach. Man darf die Wolle nämlich eigentlich gar nicht zubauen, wenn sie das gemacht haben. Eine Wolle weg. Nice. Boah. Ja. Ja. Okay, nice. Eine Wolle ist weg. Wo ist die andere? Ah, da hinten. So. Andere Wolle weg. So. Und. Jetzt flüchtet er. Komm her. Ja, das Illuminati-Sort. Es hat. Es hat. Oh, nee. Der andere ist auf dem Weg zu uns. Nice. Nee. Cool. Wir haben gewonnen. Cheer, cheer. War eine nice Runde. Okay, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis dann. Und. Tschüss. Tschüss. Server-IP ist lastcube.de. Nicht vergessen. Na. Tschüss. 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 Tschüss.